Du ungeschickter Tottel, Herr Bucky! Das war mein Mittagessen! Tut mir leid, Sie kam. Das war nicht meine Schuld. Du bist ungefähr so nützlich wie eine alterschwache Schildkröte! Das ist nicht fair, Herr Kahn! Los, geh mir aus den Augen! Wenn du das ernst meinst, dann tue ich es. Und zwar für immer. Komm allein, klar! Ich brauche dich nicht! Ich kann auf mich selbst aufpassen! Tabaki will auf sich selbst aufpassen! Das müssen wir uns ansehen! Mal nachdenken. Esse ich die Mango, folge ich Tabaki. Esse ich die Mango? Tut mir leid, Mugli. Die Wahl hält auf. Ich esse die Mango. Ich brauche den alten Tiger nicht. Ich bin ein Schakal. Ich bin gerissen. Ich finde mein Fressen schon allein. Lieber heute als morgen. Allerdings fehlt mir noch ein Plan. Und ich bin ganz nötig! Aha! Keine Panik, es wird schon alles gut. Ich bin nur ein bisschen aus der Übung. Oh, wow, das ist sinnlos. Mir knurrt so der Magen. Ich werde noch verhungern. Oh, hallo Tabaki. Na, ist alles in Ordnung? Aber ja, es ging mir nie besser. Nur normalerweise bist du, wenn ich dich sehe, mit Schirkan zusammen. Ach, den brauche ich nicht. Ich werde von jetzt an selbst für mich sorgen. An zu verlassen? Wie soll ich nur überleben? Keine Sorge, Tabaki. Ich werde dir schon helfen. So, du bist ein Schakal. Da weißt du, wie man jagt, nicht? Natürlich. Wir Schakale wissen alle, wie man jagt. Dann zeig mir mal deine Jagdmethode. Na ja, ich bin ein kleines bisschen aus der Übung. Ich war sehr lange mit Schirkan zusammen. Hab ich's mir doch gedacht. Fangen wir ganz am Anfang an. Zuerst musst du sehr leise sein. Leise, verstanden. Und wachsam schleichen. Schleichen, klar. Auf die Weise schaffst du es richtig dicht an die Beute heranzukommen. Au! Also weiter. Du warst leise. Du bist auch geschlichen. Und jetzt? Geh ran und fang deine Beute. Ich fang sie. Ja, ja. Gut, das kann ich. Nun stell dir mal vor, ich bin die Beute. In diesen Büschen befindet sich eine tiefe Grube. Da wirst du dich jetzt gleich mal reinjagen. Bereit? Ja. Lass uns loslegen. Mogli? Bist du da? Hallo? Mogli? Oh, Schirkan. Ich vermiss dich so. Schnell, Tabaki. Schleich dich an. So ein Quatsch. Kein Tabaki da. Vielleicht ist es Zeit, die Situation nochmal zu überdenken. Also, du hast Hunger. Wie wäre es mit einer Mango? Ich esse keine Früchte. Ich bin ein Schakal. Ein Jäger. Na ja, wenn du glaubst, ein Jäger zu sein, dann darfst du aber nicht beim ersten Rückschlag aufgeben. Ja, Mogli hat recht. Du willst doch wohl kaum wieder Schirkan Sklave werden, oder? Nein, natürlich nicht. Willst du etwa deine Unabhängigkeit aufgeben, nur weil er dir eine Menge zu fressen gibt? Äh, nein. Na schön, fangen wir von vorne an. Jagen für Anfänger. Wir unterrichten dich zusammen, wollen wir, Baluch? Oh, danke. Vögel? Nicht gut. Affen? Nicht gut. Ich hab ne Idee, die ist gut. Lauf schon los, Balou. Ha, nochmal sehen, wie gut du als Jäger bist. Denk dran. Leise, wachsam schleichen. Ja, ja. Ich zeig's dir. Also mir nach und aufpassen. Da ist er. Und, siehst du ihn, Tabaki? Tabaki? Die Sache ist die, Schirkan. Als ich sagte, für immer, meinte ich nur vorübergehend. Und überhaupt, es war nur ein Scherz. Ein klitzekleiner Scherz. Nichts als ein Scherz unter Freunden. Alten Freunden. Oh. Das glaube ich ja nicht. Schirkan ersetzt mich einfach mit, mit einem Nageltier. Ich muss ihn dazu bringen, mich wieder einzustellen. Und zwar schnell. Denk nach. Denk nach. Was kann ich ihm geben? Etwas, das er unbedingt haben will. Natürlich. Wunderlich. Tabaki! 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 Wo steckst du? Da bist du ja, Tabaki. Was ist passiert? Ich hab dich verloren. Aber ich will es gern noch einmal versuchen. Na schön, aber diesmal, versuch dran zu bleiben. Lauf wieder los, Balou. Ich denke, ich hab alles verstanden, Mogli. Lass mich jetzt vorangehen und du kontrollierst dann, was ich tue. Verstanden. Also los. Folge mir. Ich kenn eine Abkürzung. Hierher. Da kannst du Balou kommen sehen. Das ist nicht Balou. Das ist Schikanen. Siehst du, du brauchst mich. Und nicht diesen wandernden Kastus. Ich hab dir den Menschen jung gebracht. Zu spät, Tabaki. Ich bin jetzt bei Schikanen. Hör nicht auf sie, Meister. Verschwindetabaki. Sieht, was ihr angerichtet habt, ihr Spinner. Wenn einer von euch bei mir bleiben will, bringt den Menschen jung zurück. Oh. Haha. Sie haben mich noch nicht gefunden. Was? Warum sagt mir keiner, dass sie das Spiel geändert haben? Weggegangen. Platz vergangen. Also selbst schuld. Jedenfalls bin ich derjenige, der den Menschen jung zurückbringt. Aber nicht so. Du läufst den falschen Weg. Noch nie was von Abkürzungen gehört? Ich zeig's dir noch. Balou. Jetzt kapier ich gar nichts mehr. Du wirst den Menschen jung niemals fangen. Du kannst ja noch nicht mal mich fangen. Haha. Oh. 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 Jetzt gehört der Menschenjunge mir ganz allein. Wo ist der Menschenjunge hin? Na, wenigstens bin dieses störende Stachelschwein erstmal losgeworden. Na, was, wenn sie rauskommt, sich bei Schirkan einschleimt und ich bin nicht da? Meister, ich bin zurück. Ich bin's. Tabaki, dein alter Freund. Ah, ist allein. Meister. Meister. Oh, ach du. Ja, Meister. Ich bin zurück. Ohne den Menschenjunge. Dauerweise hat das Stachelschwein alles vermasselt. Ich bin inzwischen viel besser im Jagen. Mugi hat's mich gelehrt. Lass es mich dir zeigen. So, nun will ich sehen, was du gelernt hast. Ja, Schirkan. Hast Glück, dass ich dich zurückgenommen hab. Ich weiß, Schirkan. Danke, Schirkan. Ach, lass dieses Geschleime. Fang mir lieber eine fette Beute und beeil dich damit. trip. Tschüss. Ja. Ja. Schirkan. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020